Abomenka Die Quelle und das Dorf Abomenka, auch Abomenka, Abomunka, befinden sich zwischen El Farafra und Etdachla am Westrand der modernen Straße. Es ist das südlichste Dorf der Senka El Farafra. Das Dorf ist wohl seit römischer Zeit besiedelt. Seit der Realisierung der Neulanderschließungsprojekten nahm die Bevölkerungszahl des Dorfes beträchtlich zu. Anreise Eine Anreise ist über die Fernverkehrsstraße von Etdachla nach El Farafra möglich, die der alten Wüstenroute Dababomenka folgt. Die Entfernung nach Mut beträgt etwa 230 Kilometer, die zur Stadt El Farafra etwa 70 Kilometer. Die Fernverkehrsstraße führt am Südrand des Dorfs entlang. Die Busse von Mut nach El Farafra legen hier üblicherweise eine halbe Stunde Pause ein. Sehenswürdigkeiten Unmittelbar im Westen des Dorfes breiten sich größere Felder und Balmengärten aus, die zum Wandern und Ausruhen einladen. Im Norden des Dorfs erhebt sich ein Küche Im Bereich der Straßenbiegung befindet sich eine Unterkünfte Es gibt keine Unterkünfte in diesem Dorf. Diese wählt man üblicherweise in Mut oder in der Stadt El Farafra. Ausflüge Abomenka kann auch als Ausgangspunkt für Safaris in den Guilf-Kebir-Nationalpark dienen. Man benötigt hierfür aber eine Genehmigung des ägyptischen Militärs und wird auch von Militär und Polizei begleitet. Dieser Dienst ist kostenpflichtig. Es gibt zwei Pisten. Die erste führt fast direkt nach Süden über das etwa 150 Kilometer entfernte Regenfeld, die Felsenformation Elburg, der Turm, zum antiken Krugdepot von Abu Balas. Die zweite Route führt etwa südwestlich über den etwa 80 Kilometer entfernten, auch Ormonite Ridge oder Ormonites Carp, zum Gebiet des libyschen Glases innerhalb der ägyptischen Sandsee. Wie der Name Ammonitenberg andeutet, handelt es sich hier um fossilienreiche Kalksteinformationen, die erstmals von der Rolfschen Expedition im Februar 1874 gefunden und kurz beschrieben wurden. Es ist nicht ganz einfach, auf einer Tour sowohl den Ammonitenberg als auch das Regenfeld zu besuchen.